Hallo, mein Name ist Thomas Wagner. Ich bin Inhaber der Filmpraxis, Regisseur und Mitautor dieses Lernkurses. Bestimmt kennen Sie das auch noch. Früher hat man sich geärgert über die vielen analogen Formate, da gab es H8, Video8, VHS und SVHS. Erst mit DV gab es ein kurzes Aufatmen, doch dann folgten schnell weitere Formate, darunter HDV, AVCHD, XD-CAM, AVC-Intra, MXF oder auch ganz neu XAVC, um nur einige zu nennen. Dazu kommen noch viele verschiedene Seitenverhältnisse, Pixelformate, Bildfrequenzen und Fernsehnormen. Was ist mit AVCHD 2.0, Stereoskopie 3D, 4K und 50P? Wo liegen die Unterschiede zwischen 8-Bit und 10-Bit-Farbtiefe? Worin unterscheiden sich eine Farbunterabtastung mit 444 zu 422 oder auch 420? Was ist eine Intraframe und eine Interframe-Kompression? Und was genau macht ein Codec? Was steckt eigentlich in einem Container? In welchem Format soll ich meinen Film denn jetzt am besten ausspielen? Und worauf genau muss ich achten, wenn ich ihn auf einem TV-Gerät, im Internet oder auf einem Smartphone oder einem Tablet präsentiere? Full HD mit Blu-Ray und dann noch in progressiven Bildern, geht das überhaupt? Das sind Fragen über Fragen, die einen Anwender verwirren und auch verzweifeln lassen können. Das gebe ich ganz offen zu. Umso wichtiger ist es heutzutage, die Antworten darauf zu kennen. Viele unterhaltsame Lektionen in diesem Training vermitteln Ihnen ganz praktisches Wissen für Ihre Filmarbeiten. Gerade in Bezug auf den Import und Export Ihres Materials können Sie damit künftig wichtige Entscheidungen ganz bewusst treffen. Wenn Sie Anmerkungen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an info-at-dvd-lernkurs.de. Und nun wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Und Erfolg!